hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft monsters und und die wachsen echt schnell dafür sollte ich wirklich eine farm anlegen und ich habe nach der letzten aufnahme wo ich einfach nur durch die mini gelaufen bin und nichts gefunden habe habe ich mir überlegt ich baue mir oder ich gucke in meiner zweitwelt die genau gleiche ist wie die hier nach minen und ich bin auch fündig geworden habe mir die koordinaten einer mine aufgeschrieben und ich jetzt einfach mal dahin und gucke was da so los ist ob ich da meine melonen samen finde ich brauche wenn nicht ist irgendwie ein fehler unterlaufen aber das hoffe ich mal nicht und deshalb machen wir jetzt einen ganz schnellen abstecher nach erstmal genau habe ich noch gerade angemacht für untersuchen ganz schnellen abstecher nach 479 also in die richtung und 26 also in die richtung ist dir was hier einfach unten in meine höhle läuft ja genau in die richtung hoff ich es mal sonst wäre es ziemlich doof aber ich meine sie läuft in die richtung mini baby zombie pigman ja wir haben hier nämlich 23 genau und dann hier rein und dann laufen wir mal nach 470 am besten jetzt habe ich einen diamanten mit naja kann man schon mal ein verlieren dann gehe ich einfach mal hier rüber und laufe hier weiter fackeln bin ich jetzt natürlich doof und habe sie nicht mit ich hoffe ich brauche sie nicht und da sehe ich schon die minen hallo ich hoffe mal das reicht fürs erste laufe ein bisschen schneller und ich meine mich zu entsinnen dass ich genau an dieser stelle auch ein kart gefunden habe also laufe ich direkt naja ich laufe direkt geradeaus macht doch keinen sinn werde ich schnell wieder finden komm da vorne sind sie die frage ist ach ich muss noch ein bisschen nach vorne ja ja eil dich du kleine fleißige spitzhacke wieder zeit für eine fackel so ich meine es müsste über mir sein es muss eigentlich über mir sein ja hier ist es so vierhundert neunundsiebzig strich zwanzig da und es ist nichts dann laufen wir mal weiter oh barry brush die teile sind so genial ich möchte mehr von denen haben so so hier geht es nicht weiter gut hier haben wir noch eine kiste stencil enderpowder hallo mich hoch irgendwie habe ich das gefühl dass ich nicht allein woran mag das oh scheiße da ist ein spin ein spin spawner ja ausschalten komm schön hell machen so dass hier keine mehr spawnen kann gut wir suchen minecraft das ist das was wir brauchen nein nein hallo wow nein 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 hier geht es nicht weiter schade hier war ich schon so hier war ich auch schon quantum ohr brauche ich nicht da war ein creeper aua nein das ist ganz schlecht ganz ganz schlecht poison kann noch immer das spawn auch wow weg hier nein ich möchte nicht sterben scheiße noch ein spin spawner komm gib mir regeneration ich kann mich gar nicht regenerieren ich kann mich gar nicht regenerieren schhhh schhhh regenerier mich etwas schneller komm 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 ... 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